Musik Vom 13. bis zum 15. September 2024 wollte eigentlich die Stadt Löber 30 Jahre Stadtfest Löber und 170 Jahre König Friedrich Augustum feiern. Leider hatte jemand was dagegen. Am Freitag gab es überwiegend Dauerregen, so dass die meisten Veranstaltungen buchstäblich ins Wasser gefallen sind. Nicht anders sah es am Sonntag aus. Auch hier Dauerregen in Löber. Somit fielen fast alle Veranstaltungen aus. Einziger Blick war am Sonnabend, da konnten die Veranstaltungen in der Stadt Löber einigermaßen ohne Probleme durchgezogen werden. Hier im Video einige bewegte Bilder vom Sonnabend in der Stadt Löber. 35 Minuten, Stadtfest Löber. Musik 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 jetzt das Wort ergreifen möchten. So, da ergreifen wir einfach mal. Begrüßen alle Besucher, haben ganz viel Prominenz da, Herrn Weiselberg, also Autogramme da zu holen. Ansonsten hoffentlich hält das Wetter, aber ich denke mal, wir haben gute Drähte dort nach oben und trinkt ordentlich Bier, die Brauerei braucht leere Fässer. Ja, viel Spaß und auf ein neues, Frau Bürgermeister. Ja, auch von uns, von mir persönlich natürlich, von der Stadtverwaltung, herzliches Willkommen. Wir machen ja das Stadtfest wieder mit der Werbegemeinschaft zusammen. Irgendwie ist das Fax mit der Wetterbestellung an die falsche Stelle gegangen. Es hat dieses Jahr natürlich denkbar schlecht begonnen, deswegen findet auch jetzt erst der Biereinstieg statt. Und Sie sehen ja vielleicht unseren Turm, den wir sicherheitshalber mal hier heruntergeholt haben. Es ist nicht das Original, aber kommt dem schon sehr nahe. Hier muss man vor allen Dingen die Firma Pei loben, die die Idee hatte und das alles organisiert hat. Und natürlich geht es auch nur zu organisieren mit den vielen Sponsoren, die Sie hier auf dem Programm hinten sehen, die Sie an der großen Leinwand sehen. Ich möchte keinen einzeln herausstreichen, weil tatsächlich kleine Spenden, größere Spenden, sowohl Sach- als auch finanzielle Zuwendungen da sind. Und ich denke, es ist ein gut vorbereitetes Fest. Das Wetter können wir leider nicht oder noch nicht beeinflussen. Ich hoffe, dass wir heute das Programm, oder wir sind ganz sicher, dass wir heute das Programm so wie gedacht über die Bühne kriegen. Es ist ja gestern schon einiges ausgefallen. Allerdings ein paar Unentwegte haben dann doch noch einen Grund zum Feiern gefunden und waren noch hier unterwegs in den Höfen. Ich bitte Sie, sich das alles schön anzusehen. Das ist wirklich mit viel, viel Herzblut aufgebaut worden. Erwähnen möchte ich noch, dass eine Kunstinstallation von zwei Löberer Schulen, vom Gymnasium und einer Grundschule jetzt in wenigen Sekunden, glaube ich, Minuten auf dem Promenadenring eröffnet wird. Also bitte betrachten Sie sich das bei Interesse genauso. Und wir wünschen uns jetzt zumindest für heute mal einen angenehmen Abend. Viel Spaß, viele neue Ideen, viele Bekannte, die Sie treffen. Morgen sieht es ja wieder etwas schlechter aus und das ist das, womit ich schließen soll, dass wir also sehr wahrscheinlich so 99 Prozent hier keine Darbietung auf der Bühne machen, weil wenn das tatsächlich so kommt, dass wir gegen 11, 12 das nächste Regenschütten erleben werden, dann wird es möglicherweise auch wenig Publikum und natürlich macht es den Darbietenden auch keinen Spaß. Also insofern müssen wir um Verständnis bitten. Wir werden also sehen, welche Händler Lust haben, noch morgen die Klappen hochzumachen und noch etwas zu verkaufen. Also es wird nicht beendet, aber wir müssen mal sehen, was die Wetterlage hergibt und was wir morgen noch auf die Beine stellen können oder was sich überhaupt noch lohnt. Insofern genießen wir heute Nachmittag und Abend und ich lade Sie ein und dann denke ich mal, sind wir so weit, dass wir hier das Freibier zapfen. Das ist auch das Einzige, was in diesem Jahr nicht teurer geworden ist. Also vielen Dank. Das ist auch das Einzige, was wir sehen, was wir sehen, was wir sehen. Das ist auch das Einzige, was wir sehen, was wir sehen. Das ist auch das Einzige, was wir sehen, was wir sehen, was wir sehen. Wir freuen uns auch schon auf ein schönes Kaffeekonzert mit dem Musikverein, der Löbau Berg Musikantin, die, wie Sie schon sehen, hier auf unserer Bühne sich schon aufgestellt. Das ist auch das Einzige, was wir sehen, wir sehen, wie wir sehen. Stadtfest 2024, die Löbauer Bergmusikanten freuen sich, dass Sie auch bei widrigen Bedingungen hier den Weg auf den Altmarkt gefunden haben. Wir machen jetzt so bis ca. 16 Uhr hier für Sie Musik und hoffen natürlich, dass das Wetter durchhält, insbesondere für Sie, liebe Zuschauer, denn wenn es regnet, dann sind Sie als erstes nass und danach sind die ersten Reihen bei uns dran, die Flöten und Klarinetten und das möchten wir auf keinen Fall riskieren. Die Flöten und Klarinetten 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 Das ist ein Pfeil, das ist ein Pfeil. Das ist ein Pfeil, das ist ein Pfeil. 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 Okay. Das ist ein Pfeil. 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 Pfeil. Das ist ein 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 Pfeil.